So, okidoki, dann nehmen wir gleich mal weiter, Map 6, Central Processing, Hardcore Remix, so, die Map, die jetzt gerade kommt, ist übrigens auch mittels Mods relativ schwer. Ja, Vanilla Doom geht es einigermaßen, aber gerade mit Mods, also mit Project Potality oder Brutal Doom, ist die Map wirklich eine der schwierigeren. Na komm. So. Wow, jetzt hast du jetzt gerade gesessen. Das hat auch gesessen. Die Karte nicht berühren. Denn sobald ihr sie berührt, seid ihr tot. Kommt nämlich überall Manns daraus. Und dadurch, dass wir sie aber taktisch bekämpfen wollen, warten, bis diese Föder wieder aufgeht. Und schau, was auch nicht allzu lange, ne? Ah, da ist er wieder. Und jetzt, ne? Und jetzt kann man die von hier ganz ruhig bekämpfen. Ich meine, die können jetzt einfach weglaufen. Das Problem ist nur, wir müssen hier später nochmal lang. Und dann will ich erst da von Gegnern, weil ich nicht alle rauskomme. So geht, macht Sinn. Und deswegen bringe ich die lieber doch auch überall rum. Fürs hört sich halt einfach so. Danke schön. Oh, die ist immer noch gar nicht mal so schwer. Das ging ja noch. Ich meine, gut, ein bisschen was am Hallen gefahren, aber das ist doch immer richtig das Machbaren. So, jetzt haben wir die rote Karte, fahren wir hier hin. F*** Sä. Fuck. Welcher? F***. Mache. 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 immer so was von scheiße aus geht das immer nämlich hier wieder hoch und kommen dabei wer hätte gedacht hier raus und hier wird es jetzt wenn wir die monster nicht alle gebraucht hätten jetzt von ganz vielen monstern deswegen drückst du lieber mal gleich um habe später meine ruhe ja ich bin Was ist denn los hier? Was ist denn los hier? haupt wieder der computer die richtet er So sieht man auf den Rechnern gar nicht. Doch, das ist ja Bullshit. Dankeschön, 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 Dankeschön. 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 Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. 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 Dankeschön.